hallo grüße euch ich bin der pitch paraguay live und herzliche grüße wie immer aus dem sonnigen paraguay ja etwas bewölkt aber immer noch bei glaube ich heute 26 27 grad also funktioniert super das heutige thema kommt sofort so vielen dank nochmal für die zahlreichen anfragen danke euch und ich werde auf die fragen einzeln eingehen heute möchte ich in diesem video euch eine kleine oder ist einmal in meinen augen eine große erleichterung erläutern also bleibt auf jeden fall dran wie man es auf jeden fall eure fragen besser schneller in korrekter weise beantworten kann okay also falls euch das interessiert bleibt ein fall dran so jetzt wieder im büro so warum erleichterung also wir bekommen mittlerweile also wir ich persönlich als auch unsere partner bekommen sehr viele fragen tag täglich und da haben wir uns natürlich folgende sache gedacht um für uns die arbeit zu erleichtern und euch die konkreten fragen zu beantworten haben wir ich sage mal keine whatsapp gruppe keine telegramm gruppe sondern einfach unsere gruppe gegründet ja wie funktioniert das ok ihr nimmt diese untere nummer die darunter sieht unter paraguay live in eure kontakte auf ok der erste schritt der zweite schritt schick mir also unter dieser nummer einfach ja oder ja ich bin dabei und ich persönlich nehme euch im prinzip als kunden potenzielle in sp in meine kontaktliste auf warum so so ist es am besten das heißt wie als team ich persönlich möchte euch keine spans verschicken dafür sind wir nicht da dafür habe ich ganz ehrlich gesagt keine zeit so ich möchte euch persönlich die fragen beantworten direkt an euch gerichtet um die fragen die werden natürlich so beantwortet je genauer ihr mich fragt desto genauer werden auch die antworten ok also im müsste im prinzip so vorstellen also dafür viele anfragen tagtäglich bekommen müssen wir das irgendwie richtig sortieren ja ich möchte keine gruppe bilden oder gründen wo es leute gibt die ich sage mal vielleicht etwas zu mieter suchen da gibt es leute die vielleicht ein grundstück von 1000 quadratmeter kaufen möchten und es gibt wieder auch kunden in sp die vielleicht fünf hektar oder sechs oder zehn hektar kaufen wollen und es gibt wiederum kunden die vielleicht eine große farm suchen von 100 hektar als beispiel oder mehr ja das ist doch logisch ich habe früher in einem immobilienbüro nicht nur immobilienbüro gearbeitet ich war ja auch selbstständig in der branche und damals schon vor 20 jahren haben wir uns natürlich die arbeit erleichtert wird auch an unsere kunden gedacht stellt ihr doch mal vor ihr sucht das beispiel 30 hektar da wollte doch kein ein angebot bekommen von mir über 1000 quadratmeter oder 500 quadratmeter ein stadt grundstück ja ist doch ja logisch ja da würde ich sagen da interessiert mich gar nicht mehr aber die qualität der beratung also die qualität unserer unserer kostenlosen beratung liegt an euch ja und es geht auch darum sage ich mal einige punkte die für uns und für euch wichtig sind ich sage das jetzt an einem konkreten beispiel es gibt anfragen von kunden oder potenziellen kunden die uns fragen pitt so ich möchte als beispiel 1000 quadratmeter okay möchte das und das investieren fürs grundstück ich sage mal 10 20.000 euro als beispiel ich spreche jetzt von baugrundstück ja so die dritte sache ist ihr schreibt mir aha gut pitt ich brauche 1000 quadratmeter und die sollten möglich in der nähe einer stadt sein ja damit ich natürlich vorteile habe und nicht lange wege nehmen in kauf nehmen muss ja sondern im prinzip sämtliche einkaufsmöglichkeiten ärzte apotheken etc praktisch vor der tür haben das ist zum beispiel eine gruppe das hilft uns unheimlich das heißt euch ja auch wenn wir euch in diese gruppe aufnehmen das heißt ja hans als du als beispiel schreibst du mich bitte gut ich suche 1000 quadratmeter grundstück stadt nähe so möchte das und das geld investieren so möchte das mit so einem haus bebauen ich sage mal 60 80 100 oder 100 quadratmeter so da bin ich interessiert okay dann nehme ich die chance in die richtige gruppe auf ja und falls wir diese angebote haben kriegst du nicht jeden tag hunderte von angeboten sondern kriegst du eben das richtige angebot was für dich möglicherweise genau das richtige wird ich denke ist das logischer sowohl für euch als auch für uns eine riesen erreicht ja so und ich denke das sollte man machen das heißt die nummer werde ich euch auf jeden fall unten in der beschreibung wie immer lohnt sich da drauf zu klicken und aufzumachen da sind noch wichtige informationen für euch also auch werde unten auf dem bildschirm die nummer sowohl whatsapp nummer als auch telegram nummer ja also beide möglichkeiten könnt ihr nutzen ihr könnt mich natürlich auch so anrufen gar kein problem die nummer bleibt immer die gleiche wisst ihr warum so ist es die wollen euch qualität anbieten ja deshalb mache ich diesen kanal weil ich auch dazu stehe persönlich dazu stehe okay so wenn ich meine zeit investiere um eure fragen kostenlos zu beantworten es ist ja unser service als team okay das wollen wir machen das habe ich genauso vorher in deutschland gemacht so vielen dank für eure zeit ich denke das ist ja die beste lösung also ich teile gerne meine persönliche erfahrung als auch wir als paraguay live team teilen gerne unsere erfahrung mit euch damit ihr keine anfänger fehler begeht ja das ist doch das wichtigste also einfach ehrlich miteinander umgehen ihr sagt was ihr braucht ich sage euch ob das möglich ist meine persönliche meinung ja oder nein und entweder kommen wir zusammen oder halt nicht ich habe da keine probleme nur wie gesagt ich möchte meine zeit und eure zeit nicht unbedingt stehlen sondern im prinzip nützlich einsetzen sowohl für euch als auch für uns deshalb diejenigen die hilfe benötigen einfach kanal abonnieren und darunter falls ihr noch nicht gemacht habt um nichts mehr zu verpassen ja da werde ich selbstverständlich links weitere videos empfehlen und hier oben könnt ihr das zeichen abonnieren drauf drücken und den kanal abonnieren auch das glöckchen betätigen damit die auch alle nachrichten bekommt okay also falls euch gefallen hat einfach likes nach oben schreibt mir persönlich ruft mich an und ich werde gerne eure fragen beantworten also in diesem sinne macht's gut einfach sich die untere nummer in der beschreibung notieren in die kontakte aufnehmen einfach schreiben ja ich will und von daher werden wir mit miteinander super kommunizieren mach's gut bleibt gesund und bis zum nächsten video bis zum nächsten video bis zum nächsten video bis zum nächsten video bis zum nächsten video